Bei Ako gibt es viele Neuheiten zu entdecken, zum Beispiel die Ako Shower Drain Public, eine Duschrinne für Reihenduschen. Mit der neuen Duschrinnengeneration vereinigt Ako Haustechnik den Wunsch nach dauerhafter Ästhetik, Gestaltungsfreiheit und Sicherheit in einer Lösung. Ako Shower Drain Public Die Ako Shower Drain Public besticht durch ihr schmales Rinnenprofil und glänzend verarbeitete Designroste. Jedes Bauvorhaben ist individuell. Diese immer unterschiedlichen Anforderungen erfüllt die Ako Shower Drain Public durch objektspezifische Rinnenlänge, Bauform und Ablaufkörper. Dabei entspricht die neue Duschrinnengeneration höchsten Sicherheitsstandards hinsichtlich der Wassereinwirkungsklasse W3i und des Schall- und Brandschutzes. Wussten Sie übrigens, dass die Ako Shower Drain Public derzeit die einzige Reihenduschrinne mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette und Sekundärentwässerung ist? Der flache Kunststoffablaufkörper ermöglicht eine kompakte Gesamtinstallation. Ideal für einen niedrigen Bodenaufbau. Der um 360 Grad drehbare Ablauf vereinfacht die Installation und sorgt für eine große Flexibilität beim Leitungsanschluss. Für eine verlässliche Abdichtung im Verbund sorgt die serienmäßig angebrachte Dichtmanschette. Dadurch entspricht die Ako Shower Drain Public automatisch der höchsten Wassereinwirkungsklasse W3i gemäß DIN 18534, egal bei welcher Rinnenlänge. Zudem sorgt die integrierte Sekundärentwässerung auch bei Natursteinbelägen für die rasche Abtrocknung auf der Abdichtungsebene. Bei Bedarf können die Diffusionsöffnungen bei der Abdichtung auch verschlossen werden. Die Objektabläufe aus Edelstahl oder Gusseisen bieten neben einer hohen Abflussleistung bis 2,0 Liter pro Sekunde geprüfte Brandschutzlösungen und erfüllen höchste Schallschutzanforderungen. Ako Haustechnik hat die Linienentwässerung für öffentliche und Spa-Bereiche neu gedauht. Mit einer Duschrinne, die Planern und Architekten Gestaltungsfreiheit durch individuelle Anpassung an die baulichen Gegebenheiten gibt. In puncto Ästhetik mit Designrosten und einem schlanken Profil, welches das Raumdesign krönt und dabei selbstverständlich höchste Sicherheit in Sachen Abdichtung, Schall- und Brandschutz bietet, die sie von Ako gewöhnt sind. Die Ako Shower Drain Public ist die leistungsstarke Rinne. Ako Haustechnik Ako Haustechnik Untertitelung des ZDF, 2020